Jedes erfolgreiche Event zu toppen, ist bekanntlich keine leichte Aufgabe. Neue Ideen und Überlegungen müssen her. Waren es zur Nacht der Tausendlichte in der Lukauer BRG Schlagersänger, unterhielten zwei junge Männer aus Wildau das Publikum in Dahme. Als Schwarz auf Weiß duo touren die beiden 26-jährigen Cousins durch die Lande. Der eine mit dem Abitur und der andere mit abgeschlossener Kochlehre in der Tasche verdienen mit ihrem musikalischen Können seit vier Jahren erfolgreich ihre Brötchen. Mit dem Repertoire sind sie bei den Rhythmen der 60er Jahre genauso zu Hause wie bei Titeln aktueller Charms. Absolut ein Genuss den beiden zuzuhören. Ein Duo, von dem noch viel zu hören sein wird. Unter schwarz auf weiß-duo.de gibt's übrigens alle Informationen. In dem Programm Pausen zog es die BHG-Kunden in den gesamten Markt. Auch hier waren Mitarbeiter anderer BHG-Märkte zur Unterstützung nach Dahme geeilt. Die speziellen Weihnachtsangebote fanden natürlich gerade jetzt großen Zuspruch. Während die Musiker ihre verdiente Pause machten, legten Ingo und Philipp sehr bekannte Klänge der Fleming-Region auf und es hielt viele nicht mehr auf ihren Sitzplätzen. Mit weiteren Titeln wussten Fabian und Stefan zu überzeugen und haben auf jeden Fall in Dahme neue Fans hinzugewonnen. Die Zeit verging bei Glühwein, Bratwurst und leckeren Waffeln wie im Fluge. Brian und Joey hatten schon in Luckau als 360-Grad-Event aus Dresden ihr Publikum begeistert. Und es sollte ihnen natürlich auch exzellent gelingen in Dahme. Der zuvor herrschende dichte Nebel hatte sich verflüchtigt, aber Eiskristalle zurückgelassen. Das war für die Künstler mit ihrer exklusiven Feuershow so gar kein Problem. Fasziniert beobachteten die vielen Besucher des Abends im BHG-Markt Dahme die Darbietungen. Es lohnt sich übrigens auch mal, ihre Internetseite anzuklicken. Denn das beeindruckende Spiel mit dem Feuer ist nicht das Einzige in ihrem künstlerischen Repertoire. Eine rundherum gelungene Nacht der 1000 Lichter im BHG-Markt in Dahme. Musikalische Qualität, bleibende Erinnerung an sprühend heiße Momente und ein großartiges Warenangebot. Musikalische Qualität, bleibende Erinnerung an Warenangebot.